Denn die ehemalige Außenministerin wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Werte sich gegen die Meinung des Außen... ...das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen. Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen. Bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik. Es ist Sonntagmorgen, der 29. Oktober. Und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus der verschneiten Hauptstadt Moskau die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißel. Schönen guten Morgen, Frau Kneißel. Schönen guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben. Ja, Frau Kneißel, Sie sind heute für einen spontanen Fernsehauftritt von St. Petersburg nach Moskau gereist. Sie haben ja auch gerade schon einen Blick in die Außenwelt gewährt und gezeigt, dass da tatsächlich schon der erste Schnee runtergefallen ist. Ja, das heißt, ich erreiche Sie jetzt gerade zwischen Tür und Angel, weshalb wir unseren Podcast auch heute auf das Wesentliche reduzieren wollen. Ich freue mich trotzdem, dass wir es geschafft haben, hier unseren Podcast heute aufzuzeichnen. Denn, Frau Kneißel, die Welt hält weiterhin in Anbetracht der Ereignisse in Nahost den Atem an. Nach aktuellen Meldungen des Gesundheitsministeriums in Gaza sind jetzt drei Wochen nach Kriegsbeginn über 7000 Menschen auf Seiten der Palästinenser ums Leben gekommen, darunter auf 2700 Kinder. Es sterben aktuell jeden Tag über 400 Menschen in dieser Region. Damit hat sich der Krieg zu einer brutalen militärischen Auseinandersetzung entwickelt, der auch die Opferzahlen des Ukraine-Krieges auf lange Sicht bei weitem übersteigen wird. Ich hatte jetzt im Vorhinein unseres Podcasts geschaut, wie viele zivile Opfer in der Ukraine nach über anderthalb Jahren gestorben sind. Und es sind laut offiziellen Zahlen der UN knapp unter 10.000 Menschen. Ja, in Gaza werden bald wesentlich mehr zivile Opfer zu beklagen sein und das in nicht mal einem Monat. Frau Kneißel, wie ist denn Ihre Einschätzung jetzt drei Wochen nach Kriegsbeginn? Und was sagen Sie auch zu diesen verstörenden Zahlen ziviler Opfer? Ich kann diese Auseinandersetzung schon lange nicht mehr als Krieg oder Konflikt bezeichnen. Für mich ist das einfach eine tiefe Tragödie, ein menschliches Drama, ein Riesendilemma für alle. Und daher, man hält den Atem an, man ist in Echtzeit über soziale Medien und andere Satelliten-TV-Möglichkeiten bei diesem Massaker dabei. Und was soll man sagen? Also es übertrifft, glaube ich, das, was man bislang aus den letzten Kriegsereignissen kannte. Man ist ja fast geradezu abgeprüht, es machten noch Pulitzerpreise Bilder von mit Natalbomben beschossenen, brennenden Kindern aus den 60er Jahren Vietnamkrieg, wenn sich der eine oder andere unter unseren Zuhörern erinnert. Aber derartige Bilder sind gegenwärtig in Gaza fast gang und gäbe. Und ich glaube nicht, dass diese Bilder, die fast inflationär und in ihrer Grausamkeit sich von Tag zu Tag übertreffen, irgendwie noch für Pulitzerpreise von Relevanz sind, weil es ist fast eine Übermenge, eine Überfülle an Grausamkeiten da. Und das menschliche Gehirn kann ja auch noch eine gewisse Menge davon auffassen, egal ob es jetzt für uns aus weiter Distanz ist oder für die Berichterstatter. Und was die militärische Dimension im Moment anbelangt, tut sich für mich ein Pad auf. Weil ich habe ja in unserem Podcast bereits zweimal Grund getan, dass ich nicht glaube, dass es zu einer groß angelegten Bodenoffensive kommt. Und es sieht auch heute ganz danach aus, weil das Militär ist zwar darauf in gewisser Weise eingestellt. Man hat bestimmte Pläne erarbeitet in diesen 20 Tagen. Und die politische Führung, also Premierminister Netanyahu mit seiner Rumpfregierung in der nationalen Einheit, es sind nicht alle mit an Bord, die er sich gewünscht hätte, es sind etwas in Zweit. Also ich glaube, es hat sich herumgesprochen, dass es zu einem großen Debakel auch werden könnte. Es ist nicht das erste Mal, dass die israelische Armee Gaza bombardiert seit dem Abzug 2005 und hat sich irgendetwas geändert seither? Nein, also man kann auch diesmal wieder in einer Pappsituation enden. Hinzu kommt als großes Erschwernis natürlich auch für die Planungen eines Einmarsches. Es sollen sich rund 220 Geiseln in Gaza aufhalten. Es gab Meldungen gestern, dass 50 dieser Geiseln bereits bei diesem Carpet-Bombing, also diesen Flächenbombardements der Israelis, ums Leben gekommen wären. Und Netanyahu verspricht zum einen, die Geiseln zurückzuholen. Zum anderen will er Gaza von der Landkarte löschen. Also wie das in Ausgleich zu bringen ist, das wissen wahrscheinlich viele Militärs auch nicht. Und man hat auch den Eindruck, zumindest klingt das durch und war aber wahrscheinlich auch das Ergebnis der Gespräche zwischen Präsident Biden und Netanyahu, die USA raten von einer Invasion in Gaza ab. Ja und auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich jetzt zur Lage im Gaza-Streifen geäußert und die Hamas als Freiheitskämpfer bezeichnet. Erdogan sagte am Mittwoch vor Anhängern seiner Partei AKP Ankara, Hamas ist keine Terrororganisation, sondern eine Befreiungs- und Mujahedin-Gruppe, die für den Schutz ihres Landes und ihrer Bürger kämpft. Man habe kein Problem mit dem Staat Israel, verurteile aber die Gräueltaten, wie er sie nannte, Israels im Gaza-Streifen. Weiter sagte Erdogan, die Türkei verzeihe keine Aktion, die auf Zivilisten abzielten, einschließlich israelischer Zivilisten und er rief auch gleichzeitig noch zu einem Waffenstillstand auf und auch der brasilianische Präsident Lula hat sich geäußert und gesagt, es geht nicht darum, darüber zu diskutieren, wer einen Grund hat oder wer im Unrecht ist. Das Problem ist, dass es sich nicht um einen Krieg handelt, sondern um einen Völkermord, dem 2.000 Kinder zum Opfer gefallen sind, die mit diesem Krieg nichts zu tun haben. Also zwei klare Statements dieser beiden Staatschefs aus Brasilien und der Türkei. Wie bewerten Sie das denn? Wie schätzen Sie diese Aussagen ein, Frau Gnässe? Vielleicht zuerst zur Aussage von brasilianischen Staatspräsident Lula. Er erweist sich wieder einmal, wie bereits zum Thema Ukraine, als eine rationalere Stimme, als einen Menschen auch. Wir hören ja derartige Stimme nicht in Brüssel, Berlin oder sonst so. Da ist wirklich nur das unisono Kriegsgeheule. Das ist keine Rede von Waffenstillstand. Wien und Berlin gehören zu den EU-Staaten, die bei dieser ziemlich turbulenten Sitzung gestern in Brüssel sich gewissermaßen gegen einen Waffenstillstand ausgesprochen haben und Israel keinen Ratschlag geben wollen. Das tut Lula auch nicht. Das tut auch nicht Erdogan. Erdogan als derjenige, der jetzt die Hamas als Befreiungsbewegung definiert. Ich will keine Wortglauberei begehen, aber es sei auch noch einmal in Erinnerung gerufen, die Hamas hat einen ihrer Stützpunkte in Doha, in Katar. Die Hamas ist entsprungen aus den Muslimbrüdern, die wiederum aus Ägypten stammen. Und viele europäische Regierungen, auch die US-Regierung, haben zwischen 2011 und 2013, als die Muslimbrüder in Ägypten an der Macht waren, zu diesen beste Beziehungen gesucht oder versucht aufzubauen. Mit Katar versucht vor allem Deutschland jetzt mittlerweile seit Jahr und Tag ins Gespräch zu kommen, weil es um Erdgas-Fließe-Lieferungen gehen soll. Und mit Erdogan ist man ja auch in grundsätzlich nützlichem Kontakt aus europäischer Sicht, weil es darum geht, Migrationskanäle zu verwalten. Lösen tut man ja gar nichts, man verwaltet hier nur. Und ich würde sagen, ein Erdogan und ein Präsident Lula haben eigentlich Kurs beibehalten. Die Europäer schlagen riesige Wolken. Ja, und Frau Kneißel, Sie befinden sich derzeit auch in Moskau. Und parallel dazu soll eine Delegation der Hamas vor Ort über eine Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen ausländischen Geiseln sprechen. Das teilte jetzt das Ministerium nach dem Treffen mit Musa Abu Masuk mit, der demnach zur Führung der Hamas gehört. Israel hat jetzt sofort diesen Besuch der Hamas-Delegation in Moskau verurteilt und hat Russland aufgefordert, die zu Besuchweilen der Hamas-Delegation auszuweisen. Jerusalem bezeichnete die Gruppe als terroristische Organisation schlimmer als der IS. Frau Kneißel, wie sehen Sie direkt diese Rhetorik und was sagen Sie auch zu diesem Treffen vor Ort bei Ihnen in Moskau? Ja, dieses Treffen hat für viel Furore in der Berichterstattung weltweit gesorgt. Hier in der russischen Berichterstattung wird darauf hingewiesen, dass Moskau zu allen beteiligten Konfliktparteien Kanäle unterhält. Und primär geht es hier ja auch um Fragen der Geiseln. Also es geht um die humanitäre Dimension des Ganzen. Die Hamas hat gesagt in ihren Gesprächen mit dem Vize-Außenminister des Iran, den man hier auch getroffen hat, zuerst eine Waffenpause und dann Gespräche über Geiseln. Und Netanyahu, die israelischen Offiziellen, manövrieren sich ja in eine Sackgasse. Wenn Sie zum einen sagen, Sie sind interessiert daran, die Geiseln zu befreien, das bedeutet, man muss mit irgendjemandem reden, sei es jetzt Russen oder Kataris oder Türken, wer auch immer von diesen offiziellen, die direkten Gesprächskanäle zu Hamas derzeit weiterhin ausübt. Und wenn Israel hier alles kippen will, dann weiß ich nicht, wie sie die Sorge um die Geiseln wirklich wahrnehmen wollen. Also man übrigt sich wirklich in ein totales Pakt, in eine Sackgasse. Und auch noch einmal zur Erinnerung, auch die israelischen Nachrichtendienste bis hinein in politische Ebenen haben in den letzten Jahrzehnten zu Hamas routinierte Gesprächskanäle entwickelt. Also das war nicht vereinzelt, weil man musste, sondern das waren eingeübte Gesprächskanäle zwecks Aufrechterhaltung der Infrastruktur im Gazastreifen. Außerdem hatten die Israelis immer ein Interesse daran, dass die Hamas über Gelder verfügt, dass es der Hamas unter Anführungszeichen relativ gut geht, weil man wusste, die Hamas organisiert den Gazastreifen und damit muss man weniger befürchten. Es gab auch Jahre in diesen letzten 20 Jahren, als Sorge war vor allem auf israelischer Seite, dass die Hamas von rechts oder links außen überholt werden könnte von einer neuen Generation von Dschihadisten, wie islamischer Dschihad und diese Aussage, die Hamas sei schlimmer als der islamische Staat, als andere terroristische Organisationen wie Al-Qaida und so weiter, ist einfach nur plumpe Rhetorik. Weil man kann all diese Bewegungen, diese Milizen, diese Terrororganisationen, man kann sie nicht alle in einen Topf werfen. Ich möchte jetzt nicht die eine oder andere in Schutz nehmen oder rechtfertigen oder sonst etwas, aber ganz nüchtern betrachtet, die Hamas ist gewählt. Diese Wahlen haben jetzt zwar auch schon eine Weile sehr stattgefunden. Die Hamas ist ein wesentlicher Gegner der PLO. PLO-Kombadanten mussten einst von israelischen Soldaten evakuiert werden, als der palästinensische Bürgerkrieg im Gazastreifen tobte. Aber es handelt sich hier um Palästinenser, die für ihre Sache kämpfen. Wie genau ihre Sache definiert ist, ob es sich jetzt hier um nur ein Territorium handelt, im Rahmen der sogenannten Grenzen von 67, die keine Grenzen waren, sondern nur Waffenstillstandslinien oder worüber es um das gesamte Israel geht. Dieser Anspruch ist ja auch da. Ja, das schwankt. Aber genauso wie man 1993 mit der PLO sich an einen Tisch setzte und die PLO, zur Erinnerung, war die Terrororganisation in Israel. Also wer immer von den israelischen Offiziellen auch nur einen Draht zur PLO aufbaute, handelte sich den Straftatbestand Hochverrat ein. Und ich bin schon der Überzeugung, dass man früher oder später in dieser aktuellen grausamen Situation mit der Hamas wird reden müssen. Und wenn das russische Unterhändler tun, wenn das türkische und ägyptische und sonstige Nachrichtendienstler tun, dann ist das ja im Interesse Israels. Ja, Frau Kneisslund, lassen Sie uns auch blicken rüber nach New York, denn dort wurden diese Woche auch wieder zwei UN-Resolutionen abgeschmettert. Der Weltsicherheitsrat kann sich im Gaza-Krieg weiter auf keine Resolution mit humanitärem Fokus einigen. Sowohl ein Entwurf der Vereinigten Staaten als auch eine Beschlussvorlage Russlands sind am Mittwoch vor dem UN-Gremium durchgefallen. Der US-Text, der sah unter anderem das Selbstverteidigungsrecht Israels im Vordergrund und dabei wurde auch eine humanitäre Feuerpause gefordert. Das wurde durch das Veto von Russland und China verhindert. Der russische Vorschlag, der unter anderem die Forderung nach einem Waffenstillstand enthielt, enthielt nur vier Ja-Stimmen und wurde auch damit abgelehnt. Frau Kneissl, wie sehen Sie denn da die Rolle der UN und wie bewerten Sie es, dass es immer noch keine Resolution gibt zu dem Krieg in Israel und Palästina? Ja, die UN ist derzeit in ihrer Gesamtheit gewisserweise auf dem Radar, auf dem Kicker der Israelis, weil das im UN-Sicherheitsrat bedauerlicherweise gegenwärtig überhaupt nichts weitergeht, ist leider nichts Neues. Das haben wir zu vielen Situationen, egal ob es jetzt sich im Kriege im Libanon handelte, Irak oder sonst wo, es ging oftmals nichts weiter. Es war diese absolute Paz-Situation. Aber was vielleicht rund um die UNO noch viel brisanter war in den vergangenen Tagen, war diese gewaltige Attacke auf die UNO-Führung. Person Guterres, Generalsekretär, der in einer Rede zu Recht darauf hingewiesen hatte, das, was wir ja auch hier mir einfach gut getan haben, diese Auseinandersetzung hat nicht am 7. Oktober begonnen. Weil genau das ist im Moment ja die Erzählung, die wir in Berlin, in Wien und sonst wo hören. Also als hätte es die 75, 80, 100 Jahre, was immer man sozusagen als Palästina-Konflikt nehmen will, vorher nicht stattgefunden. Und Guterres hat das einfach nur klar erwähnt oder in einem Nebensatz erwähnt. Also er hat sich erschüttert gezeigt über das Massaker der Hamas. Er hat darauf hingewiesen, dass alle Beteiligten Gewalttaten einstellen sollten. Er hat alle verurteilt. Aber er hat darauf hingewiesen, dass man eben Zivile nicht in der Form angreifen darf und sich an das Völkerrecht halten muss. Und einfach darauf hingewiesen, das hat nicht am 7. Oktober begonnen. Daraufhin hat Israel ihn zum Rücktrück aufgefordert, hat die UNO alles Mögliche geschimpft. Das war eine schimpfte Rade der Sonderklasse, der israelischen Delegation in New York. Und man hat in der Folge dann auch gleich UNO-Offiziellen ein Visum verweigert. Also die durften auch gar nicht nach Israel einreisen. Jetzt ist diese harte Abfuhr an die Adresse der Vereinten Nationen auch in gewisser Weise nichts Neues. Sie ist nur besonders rüde und besonders tief, was diese letzten Wortwechsel anbelangt. Vielleicht auch kurz zur Erinnerung für uns alle. Der jüdische Staat Israel wurde auf Basis des Teilungsplanes, den eine UNO-Sachverhaltskommission im Jahr 1947 der Generalversammlung vorgelegt hat, eine Generalversammlungsresolution mit der Zahl 181, hat diesen Staat geschaffen. Und Israel ist der einzige Staat in gewisser Weise, der von den Vereinten Nationen geschaffen wurde. Natürlich gibt es auch viele Gegenargumente, aber das ist eine Version. Der erste Premierminister Israels, David Ben-Gurion, hatte bereits viel Verachtung für die Vereinten Nationen. Er sprach immer wieder vom United Nothing als von den United Nations. Also es war, Schumgumme hat diese UNO, also auch verbal, immer wieder heftig attackiert. Und es ist natürlich Big Business, was die diversen UNO-humanitären Organisationen, ob jetzt UNHCR, Flüchtlingswerk, UNRWA für die Palästinenser Flüchtlinge und so weiter, UNICEF, Es ist Big Business. Also ich habe selbst meine Kritik immer wieder geäußert, wie viel Verwaltung, wie viel Bürokratie, wie viel Geschäftemacherei dahinter steht. Ich will die UNO jetzt nicht über den grünen Klee loben, aber diese Art von Attacken auf den UNO-Generalsekretär und sagen, das soll sofort zurücktreten, ist natürlich auch nicht unbedingt die Art und Weise, wie man in der Situation miteinander verfahren sollte. Interessant, unter Anführungszeichen, es hat eigentlich nur Berlin ein ganz leises Statement abgegeben und ein wenig den UNO-Generalsekretären Schutz genommen. Und alle anderen hüllen sich in Schweigen. Ich denke hier an die Regierungen der drei Sitzstaaten der Vereinten Nationen. Das sind da die USA mit New York, die Schweiz mit Genf und Österreich mit Wien. Das sind die drei offiziellen Sitzstaaten. Ich hatte, als ich Ministerin wurde, auf dem Dach unseres Ministeriums, neben der österreichischen Flagge und der EU-Flagge, auch die UNO-Flagge hissen lassen. Auch eben mit Respekt für die Tatsache, dass Wien UNO-Sitz ist. Und das ist eine Verantwortung. Das ist nicht etwas, wo man sozusagen nur im Geld macht, weil Konferenzen sind und man so diese sogenannte Unbegründetabilität profitiert. Davon profitiert die Stadt Wien mit Milliardeneinnahmen. Sondern das ist auch eine politische Verantwortung. Und in so einem Moment müsste man eigentlich Klarstellung beziehen und sagen, das geht nicht. Man kann die UNO nicht in der Form angreifen. Wenn man das tut, dann hat man als UNO-Sitzstaat einfach Verantwortung. Es gab immer wieder Kritik an der UNO. Aber diese Form von Kritik und ein bisschen Zurücktritt und UNO-Angehörigen die Einreise verweigern, das ist eine neue Qualität. Ja, und es kam jetzt diese Woche auch vermehrt der Ruf nach Waffenstillstand auf. Ich hatte ja zu Beginn schon Erdogan und den brasilianischen Präsidenten Lula zitiert. Die Forderung ist allerdings mit Zurückhaltung vom US-Außenministerium kommentiert worden. Man müsste darüber nachdenken, was das für Israel angesichts der vergangenen und andauernden terroristischen Angriffe bedeutet. Das sagte der Sprecher Matthew Miller am Montag in Washington. Konkret sagte er, jeder Waffenstillstand würde der Hamas die Möglichkeit geben, sich auszuruhen, aufzurüsten und sich darauf vorzubereiten, weitere terroristische Angriffe gegen Israel zu verüben. Wir glauben nicht, dass jetzt die Zeit für einen Waffenstillstand ist. Das sagte auch der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, dem Sender CNN. Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Sie haben noch so viel zu tun, um die Hamas-Führung zu verfolgen. Frau Kneißel, wie schätzen Sie denn da die Rolle der USA im Zusammenhang mit Waffenstillstandsforderungen ein? Mich erinnert diese Rhetorik an die kriegerische Auseinandersetzung zwischen der libanesischen Hezbollah und der israelischen Armee im Sommer 2006. Damals gab es auf israelischer Seite vor allem Soldaten unter den Opfern dieser Auseinandersetzung. Auf libanesischer Seite waren es, glaube ich, am Ende dieser Angriffe 3600 Zivilisten vorrangig. Und es wurde damals auch von der UNO, es wurde nur von anderen immer wieder Waffenstillstand eingefordert. Und damals war, glaube ich, US-Außenministerin Condoleezza Rice. Und da war genau dieselbe Rhetorik in Richtung, nein, lasst die Israelis mal machen, die wissen schon, was sie zu tun haben. Also es ist 20 Jahre später nichts Neues unter der Sonne bedauerlicherweise. Ja und auch Putin hat sich jetzt geäußert zum Krieg in Israel und Palästina und hat davor gewarnt, dass er sich zu einem Flächenbrand entwickeln könnte und extrem zerstörerische Folgen haben könnte. Er unterstrich auch, dass das Gemetzel im Gazastreifen ein Ende haben müsste und erteilte anderen Staats- und Regierungschefs in Telefonaten mit, dass sich der Konflikt andernfalls ausweiten könnte. Er sagte, unsere Aufgabe heute, unsere Hauptaufgabe ist es, das Blutvergießen und die Gewalt zu beenden und weiter. Andernfalls ist eine weitere Eskalation der Krise mit schwerwiegenden und äußerst gefährlichen und zerstörerischen Folgen verbunden. Und zwar nicht nur für die Region des Nahen Ostens. Sie könnte weit über die Grenzen des Nahostens hinausgehen. Frau Kneißel, wie schätzen Sie denn diese Aussagen des russischen Präsidenten Wladimir Putin ein? Im Gegensatz zu vielen westlichen Offiziellen war es den russischen Diplomaten und den Politikern hier immer schon klar, dass dieser Konflikt um Palästina, es ist die Palästina-Frage so, wie sie eben in den 30er, 40er Jahren schon diskutiert wurde, dass dieser Kern all dieser sogenannten israelisch-arabischen Konflikte ist, die man ja teilweise beilegen konnte. Es gibt einen Friedensvertrag mit Jordanien, mit Ägypten, die funktionieren zwar mehr schlecht als recht, aber es gibt sie. Und dann kamen diese Abrahams-Accords 2018, wo also viele über den grünen Klee Israel lobten und meinten, also das sei jetzt sozusagen überhaupt in Richtung totaler Normalisierung und die Palästina-Frage interessierten ja nun wirklich keinen mehr. Also das war so die Wahrnehmung. In Moskau habe ich eigentlich immer wieder gehört in Gesprächen Palästina, zwei Staatenlösung, also das wurde hier schon das Bekenntnis ernsthaft immer wieder kundgetan. Nicht mehr so in der Europäischen Union, nicht mehr so in Washington. Da gab es also hier und da noch ein bisschen Lippenbekenntnis, aber innerhalb der Europäischen Union haben wir schon längst keine Kohäsion mehr zu dieser Frage. Und wenn Präsident Putin jetzt darauf hinweist, das hat einfach globale Verwurzelungen, Verzweigungen, dann benennte er das Kind beim Namen, weil die Ukraine interessierte ja nun wirklich niemanden, wenn man außerhalb von der EU war. Das musste eine Baerbock, das musste ein Kanzler Scholz zur Kenntnis nehmen. Wann immer sie in den sogenannten globalen Süden unterwegs waren, stießen sie auf Unverständnis mit ihren Forderungen, sich an Sanktionen gegen Russland zu beteiligen etc. Waffenlieferungen für die Ukraine. Anders verhält es sich mit der Palästina-Frage, was immer rund um Jerusalem passiert, das mobilisiert. Das mobilisiert Menschen von Jakarta bis Burkina Faso und es ist ein globaler Konflikt. Und worüber jetzt laut nachgedacht wird, ist eben auch die Tatsache, da sind jetzt zwei amerikanische Flugzeugträger verankert gegangen im östlichen Mittelmeer. Was machen die dort? Sollen die dazu dienen, hunderttausende US-amerikanische Stoppelstaatsbürger, das ist die Rede von 600.000 Stoppelstaatsbürgern, also dafür sind auch zwei Flugzeugträger zu klein, dass man die sozusagen evakuiert? Oder geht es um etwas mehr? Geht es um Kanonenboot-Diplomatie, Drohkulisse aufbauen, Israel symbolisch den Rücken stärken oder geht es um mehr? Und dieses Mehr ist halt immer wieder auch, da kommt das Thema hoch, Auseinandersetzung mit dem Iran. Meinem Gefühl nach, ja, ich habe jetzt nicht, es ist alles im Fluss, ja, aber meiner Einschätzung nach traut man sich das, glaube ich, nicht wirklich in Washington zu. Also Netanyahu hat die USA in mehrere Kriege hineingeritten. Es waren noch die Israelis, die die USA in gewisser Weise in den Irakkrieg hineingeritten haben. Und bei der Iran-Problematik legte Obama im Jahr 2013 die Stopptaste ein und sagte, wir wollen eigentlich mit den Iranern hier jetzt reinen Tisch machen und diese Nuklearfrage regeln. Und handelte sich damals den großen Wut der Israelis ein. Umso glücklicher war eben Netanyahu, als dann Trump kam. Jetzt ist der Vizepräsident von Obama US-Präsident mit all seinen bekannten Defiziten. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht ganz vorstellen, wenn es noch einen Funken von Logik in Washington gibt, dass man sich auf eine direkte Konfrontation mit dem Iran im östlichen Mittelmeer einlässt. Und Iran ist ein gutes Stichwort, denn dort kam diese Woche auch, ja, ich sage mal schon fast epische, eine epische Rhetorik. Ich zitiere hier einmal Hussein Salmani, das ist der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden. Er sagte, lasst es mich ihnen sagen, so wie der Stab des Mose zum Drache wurde und die Heimtücke der Pharaonen durchkreuzte, so ist Gaza der Drache, der die Zionisten verschlingen wird, wenn sie den Boden betreten. Ja, also eine ganz klare Argumentation hier zu erkennen, Frau Knessel. Wie schätzen Sie denn diese Rhetorik aus Teheran, aus dem Iran ein? Ich bin nicht ganz klug geworden, verlese das, aber ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Iran hier auch mehr auf Zeit setzt. Und zwar zum einen, ja, auf alleroberster Ebene iranischer islamischer Revolutionsführer spielte die Rückeroberung der Al-Aqsa-Moschee als dritteiligstes Heiligtum des Islams immer eine Rolle. Und wenn man sich an Bilder erinnert, als Ayatollah Khomeini seine islamische Revolution vollbrachte und die Welt in Staunen versetzte, was ist das in der islamischen Revolution, das war in den späten 70er Jahren, Anfang der 80er Jahre, war vieles noch viel zu säkular, um das wirklich zu begreifen in seiner gesamten Reichweite. Khomeini posierte immer vor der Al-Aqsa-Moschee. Also es war immer sozusagen diese Dimension Palästina dabei. Ich habe bei meinen vielen Reisen in den Iran auf allen Ebenen feststellen müssen, die Palästina-Problematik interessiert nicht wirklich die Iraner. Das ist für die Bevölkerung, gibt es andere Sorgen. Viele unter den Offiziellen wollten den Iran eigentlich als eine gewisse Mittelmacht in Stellung bringen, ein wirtschaftlicher Vordermann. Aber es ist symbolisch gesprochen, ist es natürlich wichtig. Und der Iran hat über die Hezbollah, hat teilweise auch über Waffentlieferungen an die Hamas und so weiter und ökologische Lieferungen seine Finger schon längst ins östliche Mittelmeer ausgestreckt. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ob die Iraner wirklich bis zum Äußersten gehen für diese Palästina-Problematik. Ich würde nicht ausschließen, dass die Palästinenser in diesem Pad, das sich abzeichnet, im Regen stehen gelassen werden könnten. Ich spreche noch im Konjunktiv, weil ich es sozusagen, ich habe auch keine ganz klare Aussage, aber ich bin mir nicht so sicher, dass die Führungsebene der Islamischen Republik Iran hier auch bereit ist, bis zum Äußersten zu gehen. Vielleicht, weil es dort auch gewisse Menschen mit einer Rationalität liebt, die wissen, das hat unabsehbare Folgen. Und ich habe auch immer darauf hingewiesen, wenn mir Israelis und andere sagten, ja, die Iraner wollen ja Israel in die Luft jagen und von der Landkarte stecken und so weiter und die Atombombe dort abwerfen. Also meine Gegenreaktion war immer, das werden sie wohl nicht machen, wenn sie in der Al-Aqsa-Moschee beten wollen. Also das ist nicht ganz möglich. Man wird das nicht in Schutt und Asche legen, wenn man das einzig für seine eigenen religiösen Ziele benutzen will. Ich würde sagen, brechen wir es, dass diese ganze Situation auf eine andere Ebene herunter, die mir mehr im Rahmen des Realen erscheint, nämlich absolute Partsituation, wie so oft, weil einfach zu viel am Spiel steht. Und die Palästinenser könnten in gewisser Weise im Regen stehen gelassen werden. Aber für Israel ist die Situation einfach auch mehr als brisant, auch ohne Gaza-Invasion, auch ohne Eingreifen der Hezbollah und des Irans. Weil eines hat sich jetzt klar erwiesen, Israel ist kein sicherer Staat. Und da wird es meines Erachtens wahrscheinlich eine anwachsende Auswanderung aus Israel geben, gerade auch wiederum in Richtung Russland. Es sind hunderttausende Juden und auch nicht unbedingt immer Juden, also im Sinne der Halakha, des jüdischen Rechts, in den 90er Jahren Richtung Israel ausgewandert. Das sind 2022 Tausende von sehr reichen Doppelstaatsbürgern ausgewandert, Personen des öffentlichen Lebens, eben mit dem Hinweis, wir wollen nicht in einem Staat leben, der Krieg führt. Russland ist im Krieg, wir gehen lieber nach Israel und wurden dann auch sehr beklatscht auch von den westlichen Medien und Staatsführern. Jetzt hat sich das Blatt gewendet. Es werden Tausende sich meines Erachtens in Bewegung setzen und Israel verlassen und nicht nur als Menschen das Land verlassen, sondern mit ihrem Geld das Land verlassen. Und Israel lebt von Einwanderung, Israel lebt von Remittances, von Zuwendungen aus dem Ausland. Und wenn hier das Vertrauen gebrochen ist, und das ist in meinen Augen der Fall, dann ist Israel kein sicherer Hafen mehr für diese Zuwanderung und es wird eine massive Auswanderung geben. Und damit ist in meinen Augen der Schaden für Israel schon schlimm genug. Also ich muss da gar nicht in diese scharfe Rhetorik von wegen Zionismus und Endzionismus und so weiter. Demografisch verschiebt sich vieles zugunsten der palästinensischen Bevölkerung, also der Anteil der nicht-jüdischen Bevölkerung wächst. Und wie es wirtschaftlich mit Israel nach diesem Debakel weitergeht, wird man auch sehen müssen. Frau Kneisse, lassen Sie uns zum heutigen Abschluss unseres Podcasts noch mal zurück nach die in die USA blicken. Denn dort ist nach einem wochenlang parteiinternen Machtkampf der Republikaner Mike Johnson, der neue Vorsitzende des US-Repräsentantenhaus, der als republikanischer Hardliner geltende Unterstützer des früheren US-Präsidenten Donald Trump, erhielt 220 Stimmen und damit die erforderliche Mehrheit. Johnson ist damit die neue Nummer 3 der staatlichen Rangfolge nach dem US-Präsidenten und dessen Vizepräsidenten. Johnson gehört zum religiösen und rechten Flügel seiner Fraktion, Der Jurist und frühere Radiomoderator aus dem Bundesstaat Louisiana zählt zu Trumps loyalen Anhängern. Er weigerte sich seinerzeit, Trumps Niederlage gegen Biden bei der Präsidentenwahl 2020 anzuerkennen. Außerdem ist Johnson Abtreibungsgegner, lehnt die gleichgeschlechtliche Ehe ab und hat sich in der Vergangenheit gegen US-Hilfen für die Ukraine gestellt. Frau Kneißel, wie bewerten Sie denn diese Wahl? Wie ordnen Sie die ein? Ja, also ich habe heute Morgen im Zug, im Schnellzug von Sankt Petersburg nach Moskau, der übrigens in ein ausgezeichnetes WLAN funktioniert, anders als wir das aus der deutschen Bahn oder der EU. Und pünktlich ist, wie Sie mir auch erzählt haben. Pünktlich und das Service ist genial. Davon können wir nur träumen hier in Deutschland. Die Schweiz lässt ja keine deutschen und österreichischen Züge mehr durch wegen der Unpünktlichkeit. Aber wir haben dort, also auf diesem Schnellzug, der die beiden Städte verbindet, ein wirklich gutes WLAN. Und so hatte ich ausreichend Zeit, auch US-Medien zu studieren, was die Wahl dieses neuen Kongresssprechers anbelangt. Und da war ein ganz interessanter Satz, und der passt zu uns, nämlich da meinte ein Kommentator, will man verstehen, wer dieser neue mächtige Mann ist in der republikanischen Partei, da muss man sich seinen Podcast anhören. Weil er und seine Frau Kelly führen, also seit Jahren einen Podcast, der all das aufgreift, was sie in ihrer Einführung gesagt haben. Also sie gehören zu den evangelischen, zu diesen reborn Christians, Wertevorstellungen. Also es geht um die USA als außerwähltes Land, die US-Amerikaner als eben gottesgläubige, fromme Bürger. Und das steht dann wiederum doch in einem gewissen Gegensatz zur Vogue-Kultur, zu LGBT etc. von Berkeley bis Stanford reichend, die sozusagen die amerikanischen Generationen in den letzten 20 Jahren mitgeprägt haben. Aber es steht meines Erachtens auch in einem gewissen Widerspruch zu dem, wofür Trump steht. Also Trump hatte immer so seine Probleme mit diesen reborn Christians. Mike Pence, sein Vizepräsident, war sozusagen die Brücke zu dieser Bevölkerungs- und Wählergruppe. Aber was die außenpolitischen Orientierungen anbelangt, wie eben lassen wir die Ukraine doch bitte jetzt mal nicht als Nummer 1 auf unserer Agenda, das ist natürlich interessant. Und er möchte die Ukraine völlig entkoppeln. Also es gibt hier jetzt nicht so, wie Biden sich das wünscht, ein Doppelpaket Finanzlieferungen, Waffenlieferungen, Ukraine und Israel gleichermaßen, sondern es heißt jetzt, nur Israel gehört geschützt. Ist auch wiederum religiös argumentiert. Aber mit der Ukraine beschäftigen wir uns jetzt vorerst mal nicht. Und es ist doch sehr entlarvend. Jeder von uns braucht nur die üblichen Online-Seiten oder Printmedien, wenn man sie in der Hand haben sollte, aufschlagen. Und man muss heute schon suchen, Berichterstattung über die Ukraine. Man findet sie nicht mehr. Und wie knallhart hier diese Wende stattgefunden hat. Also es war bereits am 9. Oktober fand ich nichts mehr über die Ukraine in vielen Online-Medien. Ja, und auch wir in unserem Podcast, das muss ich an der Stelle gestehen, haben die Geschehnisse in der Ukraine nicht mehr wirklich beleuchtet, jetzt in den letzten Folgen, einfach aufgrund der Ereignisse in Nahost, Frau Kneißel. Aber ich denke, das sollten wir uns dann auf die Agenda für unsere nächste Folge setzen. Denn Sie haben mir hier gerade das Zeichen gegeben, Sie müssen los. Wir haben jetzt heute einen Fernsehauftritt in Moskau. Dafür wünsche ich Ihnen ganz viel Glück und Erfolg und freue mich dann schon auf nächste Woche zur nächsten Folge. Vielen Dank und all unseren Zuhörern einen angenehmen, friedlichen Sonntag. Dankeschön. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, dass ihr heute hier wieder mit dabei wart. Und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao. Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.